hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute auf die jagd nach den ticket und heute habe ich das spiel art of conquest ich werde das spiel mal starten völge drei machen ein bisschen warten und dann geht es gleich weiter und hier sind schon so ist die basis noch eingehen alles abholen einsammeln 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 mal gucken gerade vergessen ob ich play gedrückt habe also die aufnahme dann werden wir erst mal die ganzen punkte einsammeln war da noch was? ne anmelden? montag meine täglichen aufgaben gut dann haben wir schon mal die roten punkte da ist noch ein roter punkt oh da sind ein paar mehr geschenke gibt es hier geschenke also einmal den da hier ein geschenk tadaaa nice ist der sound so leise oder? habe ich den sound? oh schon viel besser magie habe ich gekriegt gut das waren alle rote punkte du bist auch da unten eine neue dazu gekommen aber das ist ja der chat hm und dann muss ich mal gucken du 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 Durch das Ranzoom. Hm. Weiß ich nicht. Danke schön. Okay, dann baue ich jetzt für die Basis aus, auf Level 9, oder 8, 9, 8. Hm, die sind schon voll ausgebaut. Academy of 3. Okay, die Akademie müsste auf 3 sein, die ist auf 2. Mist. Na ja, na ja. Ach so, das war das. Herzen drücken. Okay. Okay. Hm. Äh, so da sind die Held. Warte, ich kann wie viel, 3 Stück war das, ne? Okay. 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 Level 1, oh das sind alle Level 5, ich glaub das sollte ich keine Level 1 nehmen. Kann man die Nummer raushauen? Rückruf. Darf ich 4? Oh ja, 4. Wie kommen die Level 1, da würde ich auch wegzukriegen. Noch 2 Stück. Uf. Mach es so gut. Ich bin der aktiven Eichmache. Appel. Okay, warte mal, den zurückrufen und den zurückrufen. Hmm. So, alles durcheinander hingestellt, passt schon. Boom, boom, mage nach hinten, Nahkämpfer nach vorne, Reiter in der Mitte. Okay, wir kämpfen einfach mal. Wow, warte mal. Ah, ich gewinne noch. Ah, die ganzen kleinen. Ah, keiner gestorben. Nur alle verletzt. Na gut. Oh, da trifft welche Leute. Okay, eingesammelt. Okay. Hier ist ja der Stahl. Startpunkt. Da das Spiel anfängt, kommt man von dieser Ecke hier unten. Also genauer von hier. Hier. Hier fängt man an, dann geht man hier lang. Ein paar Kämpfe machen. Und dann ist man hier. Gratis. Nehmen. Schön. Fähigkeiten verbessern. Fähigkeiten verbessern. Helm prüfen geht mir nicht. Schade. Ach gut, dann machen wir das hier. Ich darf nur mit zwei Helnen kämpfen. Okay. Darf ich vier Einheiten nehmen. Genau. Bis zum nächsten Mal. Und er hat auch gar keine Fähigkeit. Ah, ok. Nice. Ah. 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 3, 5, 3 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Das geht aber auch nur, weil die Gegner in Level 1 sind. Das geht aber auch nicht. Kommt! Ach jo. Einer gestorben, zwei gestorben. Ich kann mit dir nicht mehr spielen. Keine Power mehr. Hm, schade. Und die sind auch verletzt. Okay, da muss ich da jetzt was anderes machen. Kann ich jetzt nicht die schwach nehmen? Weil ich kann nur noch zwei Einheiten nehmen. Pro Held kann ich zwei Einheiten nehmen. Okay. Your will is not learned. For Helens. Forward, we march! Heal, wounded warriors! I will protect you! May the gods have mercy on their souls. The enemy has lost their faith. Okay, we sind pushlar. May the gods have mercy on their souls. Okay, we sind pushlar. May the gods have mercy on their souls. The enemy has lost their faith. The sun god blesses us. Okay. Ich würde was sagen, dann höre ich hier damit auf. Weil ich habe nur noch die. Die. Die anderen sind erschöpft. Was haben wir denn hier jetzt Neues? Was? Schön. Und da. Ui. Eine Stunde 52 dauert das. Aber ich habe noch so ein Gratis-Dings. Also, gut. Haben wir auch fertig. Ja, da meine Hellen jetzt verletzt sind. Und nicht mehr kämpfen können. Ab Level 10. Okay. Kann ich nicht mehr viel machen. Ab Level 10. Das Ei schlüpfen sehe ich gerade. Ich bin gleich erst Level 9 mit der Burg. Aber bevor ich die Burg immer weiter ausbaue. Muss ich glaube ich mal was anderes ausbauen. Naja. Ich spiele das zu selten. Okay. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Wett das Spiel beenden. Vielleicht hier nochmal ein bisschen was einsammeln. Oh, das war's. Oh, das ist ein Buch. Ah, hier die Flasche kann ich noch holen. Ein Boss? Eiervall. Eiervall? Ja, ja. Ein Händler. Oh, ich habe 8000. Ich kann mir hier Sachen kaufen. Aber erstmal noch nicht. Warte, die Flasche kriege ich noch. Die ist noch weit genug weg. Ach komm, die Hülle schaffen wir noch. Die Hülle kriegen wir. Mit einer. Mit einer. Oh, schon mehr Kampfkraft. Oh, schon mehr Kampfkraft. Oh, schon mehr Kampfkraft. Oh, schon mehr Kampfkraft. Ich will protect you. Oh, schon mehr Kampfkraft. Oh, schon mehr Kampfkraft. Oh, schon mehr Kampfkraft. Jetzt müssen wir erst mal drei finden, was ist das, oh nein, das schaffe ich nicht. 20 Sekunden, ah, ich darf mit allen spielen. Ich bin in einer anderen Ebene, Geisterebene. Ich bin in einer anderen Ebene. Ich bin in einer anderen Ebene. Ich habe nur 20 Sekunden für den Angriff. Das sieht mich gerade die stärksten Leute aus. Opsa, den Rücksik, das war glaube ich Level 1er, ne? Ja, ich habe noch die drei und dann die Magier. Okay. Die müssen nach vorne eigentlich. Hinten, hinten, die müssen nach vorne. Okay, kämpfen wir. Let's go. Let's go. Nein. Nicht geschafft. Ganz knapp, nicht geschafft. Mit zwei Hellen, die Aufgabe ist bisschen leichter. Oder vielleicht auch nicht. Mit zwei Hellen haben wir natürlich die stärksten Hellen nicht. Aber E und C. Ich meine stärksten Leute holen. Hier. 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 Und... Hier. Und... nur mit den Und... Für Silverwing! Gotta find another way! Men, show them the will of Silverwing! Es kommt mir. Go! Machers! Attack! You're not here! Here's a taste of my magic! They retreating! You're not here! und das ist alles meins was wird die nächste aufgabe 20 sekunden habe ich nicht gut wird schon lange auf und schon wieder so lange spielen ok gut das war's für heute ich hoffe ihr hattet spaß und bisschen was für den spiegel sehen ich würde mich freuen wenn ihr bei euch viel spaß und auf wiedersehen